Ok So bin ich Ich hab die ganze Zeit A gedrückt sie haben mich gerettet darf ich den namen meines helden erfahren mein name ist nobody nein sein name ist dumm schwätzer wie kann ich ihnen helfen lassen zusammen in den sonnenuntergang reiten also ja mein was gnädigste wir würden gerne diese stadt helfen wir sind nämlich auf einer geheimen mission und auf der suche nach eingestohlener wache hoppla leider darf ich nicht sagen für wen wir arbeiten und weshalb wir hier sind aber natürlich können sie uns vertrauen wir finden uns nämlich auf geheimer mission auftrag der regierung ich drehe gleich den hals um diese banditen haben den sheriff eine große kiste geliefert und seitdem führen sie hier auf wie graf rotz keine sorge zuerst helfe ich euch und danach heiraten wir mensch labernit wir müssen jetzt los die arbeit wartet bis bald mein engel kommt zu mir zurück mein held hey was ist denn hier los ja zwei schon wieder so das haben wir Oh! Okay, ich bin da hinten. Ja! Mann, der Dicke kann ja richtig gut rennen, Alter. Haha, wie geil, ey. Boah, ich schwöre. Ach, schade, man kann da nicht umgucken. Also nur schlicht gehalten. Jaja, ich geh ja schon runter. Ja, da muss man direkt mal... Ach, scheiße, da ist eine Pfanne voll Bohnen. Boah, wo kommt die denn jetzt alle weg? Ach du Scheiße, jetzt geht's aber los. Du, hast du meinen kleinen Bruder Miradrugo verprügelt? Dein Bruder, wer hat dir wohl immer das Essen vom Teller geklaut? Haha, du wagst es so mit mir zu reden? Sag mal, sehen die zwei für dich aus wie Brüder? Keine Ahnung, aber ich haue ihm erstmal eins in die Schnauze, danach hauen wir weiter. Die Beine brauchen es. Da wackelt die ganze Bude. Aber man muss... Boah, wie schnell man da drücken muss, ey. Okay. Okay. Entschuldige, Chef. Entschuldige, Chef. Jetzt muss ich aber mit dem kleinen helfen hier. Der kriegt aber immer noch die Shorts voll. Der mit roten Haaren, den mag ich. Oh, der ist weg. Jo, voll umgemetert, ey. Buddy, du geile Sau. Häufig, das muss man so richtig auf die Fresse aufspielen, ey. Oh, nee, mal den richtigen Mal schlafen. So, Jo, Terrence, aber... Jawoll. Soll er sich weiter drum kümmern. Ach, Scheiß, mir die falsche Richtung gelaufen. Das hab ich jetzt verkackt. Oh, links, rechts, links, rechts, vorne hin. Ruhe. Hahaha, wie geil, ey. Das ist ein Spiel. Oh, ich rutsche mal weiter aus dem Bildschirm raus. Hey, wo willst du denn hin? Auf den Lokus. Hahaha, geh, alle heftig, ey. Wir möchten mit deinem Chef sprechen. Hier gibt's kein Sheriff, nur mich. Zul. Im Namen des Gesetzes verschwindet jetzt ihr Penner. Zul? Das klingt eher wie vom Ghostbusters, weißt du? Hast du den Hilfssheriff gehört? Das Gesetz hat mich gerade einen Penner genannt. Nein, der meint nicht mich, der meint dich. Schluss jetzt. Haut ab, oder es hagelt Blei. Ah. Okay. Jetzt müssen wir das nochmal machen. Ah, okay, alles klar. Jetzt aber. Hahaha. Hey, Sheriff. Verschwenden Sie nicht unsere Zeit und kommen Sie raus. Mit erhobenen Händen im Namen des Gesetzes. Mit erhobenen Händen im Namen des Gesetzes. Der Sheriff ist zum Bahnhof geflüchtet. Gut. Ich habe allen erzählt, dass ihr auf einer Geheimmission im Auftrag der Regierung seid. Klar. Sehr geheim. Nehmt unsere schnellsten Pferde und holt diese Schurken ein. Lasst sie dafür bezahlen. Oh, Level Complete. 32 Minuten. 46. 383. 143. Ich glaube, Attacken. Aha. Schäden. Oh, Buddy, Alter. Hohohohohohohohoho. Wee. Wir haben den Zug freigeschaltet, Freunde. Pikol. J necessarily? Glock. 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 Okay, er geht da hoch. So, jetzt gibt es Busklopper. Jetzt gibt es Busklopper, jetzt gibt es hier einen aufrollen. Boing und dong und zing. Da! Was war das? Okay, ach so, da war alles klar. So, warte mal, jetzt fahr ich mich erst mal zurück, ich muss mich erst mal wieder aufladen. Hey, ich fahr! Geil, ey. Das Spiel macht irgendwie lau, das ist so ein schönes Arcade-Spiel. Da war es früher, ey. Boing, boing. Der ist schon wieder der Rothaarige. Ergibt dich. Im Namen des Gesetzes. Nicht so schnell. Feuer frei! Na du? Ich bin super im Keller. Ach so! Ach so! Ich bin super im Keller. die dynamit in der hand nicht so toll ja das habe ich gebraucht da wieder eine kombo geile sache ich weiß nicht wie lange man so für das spiel brauchen das durch zu haben aber es macht noch laune das spiel kostet 20 euro da jetzt im summer sale bis 4 juli ja ich weiß nicht wann dieser aufnahme raus ist aber ich denke abwechselnd und last 1 ach scheiße okay ich habe gerade gedrückt aber macht klick klick dann war das ganz normal im schießen sind wir nicht so die alles verballern ja ich weiß ich drücke zu früh ich bin ja so fängt abknallen okay wieso ein bisschen ausgerechnet wir ausgerechnet wir schießen und nicht terrence jetzt haben wir es okay einen dritten versuch müssen wir mal da rein mal gucken was da kommt oh ein sehr nobler wagen muss ich sagen da gehen wir doch mal was ist eigentlich mit ihr los hast du sehen doch nach mama oder was das ist die 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 ja feierabend hier kommt weiß ich mir rüber das war eine kombo draus ok hat nicht ganz funktioniert ja ich habe mich jetzt so auf das spiel gefreut habe ich erlaubt das bier zu nehmen oder wackelt das ganze geschirr wie geil war ganz vorsichtig und langsam das war's dann wohl schere werden sie für alle mal stoppen ach ja dann stoppt da stopp mal das war's 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 Oh, oh, ich bin gleich kaputt, ey. Ja. Nein, oh, nein. Ich bin gestorben. Okay. Ich bin auch ein bisschen stoffelig, muss ich sagen. Neu starten. Okay, Freunde. Also, wir das Ganze jetzt nochmal. Oh. Ach, Mann, was machst du denn? Oh, Mann. Okay, da muss ich mal peng, peng und die Frage ist, wie viel kann der vertragen? Okay. Und Schnitt, sehr tolles Ende. Wir sind fertig. What? Let me go, please. Okay. Attacken, keine Null, weiter schädend, alles Null. Was ist da so ein Spiel? Filmstudio. Ah, ich glaube, wir haben dieses, wie man das Leben von denen oder sowas. Regie, dieses Ganze, haut drauf. Okay, nicht schlecht. So, bei dem mache ich jetzt auf If, ich mache jetzt hier, mache ich jetzt einen Cut. Ja. Und guck mal, wie ich das als Aufnahme zusammen kriege. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Also. Tschö, euer Miros. Mit Slaps and Beans. Tschö, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge.